Ein ganz, ganz dickes, fettes, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal Mr. Handwerk zum 5-Minuten-Update, dieses Mal pünktlich. Das erste Mal in der Geschichte wurde das 5-Minuten-Update ausgelassen und das war nämlich im letzten Monat. Das tut mir natürlich total leid, ich habe aber auch eine Begründung dafür, dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall möchte ich erstmal der Gewinner der Mr. Handwerk-Tasse, der so lange gewartet hat, jetzt schließlich 8 Wochen knapp, den möchte ich auflösen. Den benenne ich jetzt hier ein, du kriegst so eine Tasse, teile mir bitte deine Lieferhanschrift mit, unten in der Videobeschreibung findest du eine E-Mail. Und du kriegst diese Mr. Handwerk-Tasse plus Autogrammkarte und plus ein Mr. Handwerk-Sticker. So, für alle diejenigen, die einen Sticker haben wollen oder Autogrammkarte oder beispielsweise eine Mr. Handwerk-Tasse, die macht bitte mit, Hashtag Tasse oder schreibt einen Kommentar. Und mit etwas Glück bist du im nächsten 5-Minuten-Update mit dabei, zum 1.7. Und da wir jetzt einen 5-Minuten-Update ausgelassen haben, verlosen wir das Ganze gleich zweimal. Du kannst so viele Kommentare schreiben, wie du willst, egal was du schreibst, du kommst in den Lust, topf mit rein. Und ja, mit etwas Glück kriegst du dann auch so eine Mr. Handwerk-Tasse. Als kleine Anmerkung, Autogrammkarte, Sticker und Tasse kannst du nicht erwerben, kannst du nur hier gewinnen bei mir. So, jetzt können wir wieder runterkommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Und warum, weshalb? Ich hatte die letzten Wochen, gab es weniger Werkstattprojekte, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Warum, weshalb? Ganz einfach. Ich war unterwegs, habe einen Terrassendag aufgebaut über mehrere Wochen und das Ganze ist nicht vor der Haustür. Das erzähle ich aber alles in der Vlog-Serie oder in der Reihe. Mittlerweile ist auch der vierte Teil schon online. Den verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung und ich blende mal dir jetzt hier ein paar Szenen ein. Das Terrassendag steht fix und fertig und ja, ich bin echt recht stolz darauf, dass das letztendlich alles geklappt hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ihr glaubt es mir vielleicht nicht, aber ihr könnt das Ganze, bis auf das Glas, ihr könnt das Ganze zu zweit aufbauen mit entsprechenden Hilfsmitteln, beispielsweise Stützen. Sparen habe ich auch alleine raufbekommen. Steffi hat natürlich ein oder das andere Mal mit angefasst, weil sie dabei war, aber ich hätte es auch alleine hinbekommen. Viele Sachen kannst du einfach bei diesem Terrassendag alleine aufbauen. Es werden darüber zwei Videos folgen, zwei Anleitung-Videos, aber für euch so, damit ich die Spannung so ein bisschen nehmen kann, mache ich die kleinen Vlog-Videos. Und im letzten Vlog ging es darum, Doppelstegplatten oder Verbund-Sicherheitsglas. Da gehe ich ganz genau auf das Thema ein. Wenn du Bock drauf hast, schau dir das an. Ja, und das war der Grund, warum ich auch das 5-Minuten-Update vergessen hatte. Ich war wirklich in Stress gekommen. Ich war dann dort vor Ort und dachte, oh Gott, jetzt ist ja der Erste und irgendwas habe ich vergessen. Und dann fiel es mir ein, das 5-Minuten-Update abzudrehen. Und dann kam das eine zum anderen und dann dachte ich, okay, jetzt sind wir schon zwei Wochen drüber, lohnt sich nicht mehr. Das war der Grund. Kann mal passieren, denke ich. Ja, und jetzt sind wir hier in der Werkstatt. Ich muss sagen, das ist der einzige Raum, der halbwegs aufgeräumt ist. Ihr könnt im Hintergrund meine Werkbank sehen. Die ist ziemlich zugestellt mit Projekten, mit Sachen, die ich bestellt habe, mit Projekten. Also, da ist ein Projekt, da ist ein Projekt, da ist ein Projekt. Ich komme gar nicht irgendwie dazu, das Ganze abzuarbeiten. Also, die anderen Räume möchte ich euch gar nicht zeigen. Deswegen wird es auch dieses Jahr, eigentlich gibt es immer einmal im Jahr so eine Werkstatt-Tour, die wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht geben. Ich werde aber wahrscheinlich eure Hilfe brauchen, aber das bespreche ich mir in anderen Mal. So, kommen wir einfach, ich hatte mir einen kleinen Notizzettel geschrieben, da ist er. Schaut euch das Video bis zum Ende an. Sage ich immer, ich weiß, aber es lohnt sich. Ihr wisst ja, wir waren letztens, war ich mit Steffi in Köln bei Wolfkraft, beziehungsweise in der Nähe von Köln, haben Wolfkraft besucht und haben da auch was Tolles abgedreht. Und am Ende des Videos löse ich das Ganze auf, was wir da gemacht haben. Ich kann euch sagen, das ist ein richtig, richtig geiles Sommerprojekt. Und ja, es ist einfach nur geil gewesen. Oder das Projekt an sich ist einfach geil. Jetzt blendet die Sonne auch hier nicht mehr so stark. Für alle Neulinge, 5 Minuten Update. Wie gesagt, es kommt einmal im Monat raus, da gibt es rund die News, dann besprechen wir Projekte. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen. Das wird alles hier in diesem Format gepackt. Ansonsten gibt es jeden Freitag, wenn ich schaffe, letzten Male war es nicht so, aber eigentlich jeden Freitag um 19 Uhr gibt es ein neues DIY-Video. Für alle Neulinge, herzlichen Dank, dass ihr mich abonniert habt, dass ihr uns folgt. Mir und Steffi, beziehungsweise Steffi und mir. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr mehr sehen wollt, hinter den Kulissen vor allem, wenn ihr Story sehen wollt, dann folgt uns auf Instagram oder auf Facebook. So, letztes Projekt war, glaube ich, 6 DIY-Projekte. Da habe ich alte plus neue Gartenprojekte gemischt in einem Video zusammen und habe die vorgestellt. Ich möchte mal von dir wissen, schaue dir das Video an, das verlinke ich dir hier oben. Ich möchte mal von dir wissen, wie fandest du dieses Format? Hat es dir gefallen? Weil ich habe da noch ein paar, also das ist jetzt nichts Neues, wie man das schneidet, aber ich habe so ein paar Ideen, die man so angehen könnte. Und ich finde, man greift alte Projekte wieder auf. Man sieht, ob man sich verbessert hat oder verschlechtert hat. Wenn das was für dich ist, dann lass mal einen Kommentar da. Hashtag, ich weiß nicht, DIY-Projekte oder sowas. Dann kann ich das Ganze nochmal aufgreifen. Wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele Ideen. So, dann hatte ich ein Schwerlastregal gebaut. Ein ganz, ganz stabiles, günstiges Holzregal. Richtig, richtig tolles Videoprojekt, wenn du dir gerade dabei bist, eine Werkstatt aufzubauen. Ein Holzregal darf dir auf jeden Fall nicht fehlen. Wenn du ein Schwerlastregal suchst für Holz an sich, nur um Holz zu lagern, darüber gibt es auch ein extra Video, das verlinke ich dir auch mal hier oben. So, dann hatte ich ein Schreibtisch gebaut. Das war, ja, das war das letzte Video für David, für meinen Bruder. Und nicht irgendein Schreibtisch, sondern ein Schreibtisch mit Altholz, mit einer Glasplatte oben drauf. Und das Tolle an diesem Schreibtisch, der kann hoch und runter fahren. Du hast vier Modis, wo du beispielsweise vier verschiedene Höhen einstellen kannst. Dann hast du eine Sitzposition, die du selber einstellen kannst. Dann hast du eine Stehposition, die du selber dir einstellen kannst. Ein richtig, richtig cooles Teil, macht wirklich süchtig. Das Video findest du auch unten in der Videobeschreibung. So wie alle Zubehörteile, beispielsweise das Tischgestellt. Dann wisst ihr, wir haben in den letzten Monaten, kann man sagen, viele, viele Renovierungsprojekte gemacht. Von Trennwand ziehen, von Schiebetür bauen, von Boden verlegen, ich weiß nicht, von WC-Armaturen anbringen und so weiter und so fort. Und dann gab es so ein, zwei Projekte, auch Wandprojekte vor allem, wo wir an einer Wand kamen und wir wussten den Raltun nicht mehr. Wir waren uns ziemlich unsicher, was wir da genommen hatten für eine Farbe. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Und da habe ich ein bisschen recherchiert und was gefunden. Es gibt ein, von Datacolor, ein Color Reader. So sieht das kleine Teil aus. Das kannst du mit der App bedienen. Das ist ganz, ganz einfach zu bedienen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Um den Color Reader zu bedienen, das ist wirklich ganz, ganz einfach, braucht ihr natürlich eine App. Die bekommt ihr im App Store, müsst ihr euch runterladen. Das wird aber auch hier in der Verpackungseinheit nochmal genau beschrieben. Wir öffnen dann die App und hier haben wir unten ein paar Funktionen. Einmal hier eine Farbkollektion, zum Beispiel Ralfarben, unterschiedliche Sachen, die ihr auswählen könnt, beziehungsweise Farbtöne oder Farbeinheiten. Hier haben wir beispielsweise einen Verlauf, finde ich ganz, ganz praktisch. Da kann man auch mal nachsehen, wo was gemessen worden ist und welche Farbe. Und hier haben wir beispielsweise Messen. So, das heißt jetzt, wir müssen uns mit einem Color Reader verbinden. Es kann sein, dass ihr den vorweg kalibrieren müsst. Das ist ganz, ganz einfach. Ihr habt hier zum Beispiel unten ein kleines, ja, so ein Blättchen der Abdeckung. Die müsst ihr, wenn ihr messen wollt, natürlich öffnen. Und beim Kalibrieren macht ihr einfach zu, macht das Ganze hier an, da ist ein Knopf. Und dann legt ihr das Ganze so auf den Boden hin. Dann kommt hier durch die kleinen Kammern Licht und er misst dann quasi die weiße Abdeckung und kalibriert sich quasi standard oder weiß dann. Wenn wir jetzt messen wollen, müssen wir uns mit dem Gerät verbinden. Das heißt, es wird alles genau beschrieben. Ganz, ganz einfach draufdrücken, auf Verbinden drücken. Es kann natürlich jetzt sein, dass er sagt, wir müssen das Gerät nochmal kalibrieren. Ist verbunden. So. Und jetzt können wir auch, kein Farbwächer ausgewählt, nehmen wir hier Rahl. Und dann messen wir. Das heißt, wir öffnen eine kleine Klappe hier. Er hat gerade schon gemessen. Und wir halten das mal hier ran. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass das Ganze schön ausgeleuchtet ist. Es könnte schon sein, dass es jetzt ein bisschen zu dunkel ist. Und dann drücken wir hier drauf und dann misst er und gleichzeitig legt das Handy und er zeigt uns jetzt drei Farbtöne immer an. Und hier sehen wir zwischen Rahl 9016, Rahl 9010, Rahl 9010, Rahl 9010, K7, K5. Dementsprechend könnt ihr das Ganze nochmal ranhalten und das in dem Fall ist hier Rahl 9016. Ganz, ganz toll. Ich zeige euch das nochmal mit einer anderen Wand. Jetzt habe ich hier beispielsweise eine Schrankoberfläche, die ist grün und wir wollen die jetzt ein bisschen nachstreichen. Das heißt, wir legen das Ganze jetzt hier an, drücken auf Messen und dann drücken wir den hier und dann misst er nochmal. Und ihr seht jetzt hier in der App beispielsweise Rahl 6016, 6016, 4035. Also er zeigt euch verschiedene Töne an, K7, Rahl 6016, das ist das. Und dementsprechend können wir dann beispielsweise jetzt in den Baumarkt gehen oder in den Online-Shoppen und dementsprechend die richtige Farbe bestellen. Ein richtig, richtig tolles Tool, wie ich finde. Und alle Infos dazu, wo du das erwerben kannst, Rabattkurs und so weiter und so fort, findest du unten auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, und jetzt wollen wir das große Geheimnis lüften, was ich bei Wolfgraf gemacht habe. Wir haben eine Outdoor-Küche gebaut mit Tobi zusammen und die könnt ihr euch in der neuen It-Work-Serie anschauen von Wolfgraf. Mit verschiedenen Haltevorrichtungen, mit Licht beweglich und ganz, ganz wichtig mit fließend Wasser. Und natürlich kannst du sie noch optional irgendwie erweitern mit einem Grill und so weiter und so fort. Natürlich, Achtung, Brandschutz sollte man beachten. Ein richtig, richtig geiles Projekt und ich zeig dir mal hier eine Aufnahme. Ja, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und nochmal allen ein großes Dankeschön, die da mitgewirkt haben. Es war wirklich ein riesengroßes Set, was ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Er hat ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Link dazu findet es unten in der Videobeschreibung oder einfach auf YouTube eingeben. ist eine ganz, ganz einfache DIY-Anleitung und es gibt so viele kleine Gimmicks. Es ist echt einfach nur ein geiles Teil, würde ich sagen. So, dafür Handwerker-Dom nach oben, würde ich sagen. So, ich hoffe, dir dieses 5-Minuten-Update gefallen. Wie gesagt, jedes Kommentar zählt, wenn du so eine Taste gewinnen willst. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachbauen der Projekte. Und ja, den Gewinner herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Stein-Wecktasse. Ciao. 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 Ciao.